Yeah! Comeback, Alter, was geht? Was geht ab, mein Video? Ich war jetzt nicht so mit Zeit, ich danke dir. Wieder mal ein Video. Freunde, ihr wisst ja, das ist so ein bisschen hinter die Kulisse nebenbei. Make it off auf J6TV. Wir haben jetzt hier richtig lecker gegessen. Da kommt ein Review auf euch zu. Und dann kommt ein Review aufs München. Aber dieser Döner schmeckt auf jeden Fall nicht. Der beste Döner auf Nürnberg. Das werde ich auf meinem Hauptkanal sehen. Muss ich ja mitnehmen im Dezember, was? Auf zwei Kanal. Thumbnails laufen. Mit dem Herren hier, der macht die Thumbnails die ganze Zeit. Check man bitte seine Sachen an. Er ist ein richtig cooler Typ. Ihr wisst ja, die geilsten Leute kommen nicht aus Berlin. Das ist immer so. Aber er zieht ja jetzt nach Berlin. Bro, wann hast du diesen Döner hier entdeckt, Digga? Ich war zum ersten Mal hier bei einem Döner. Ich glaube ich war zwölf Jahre oder so. Oder elf Jahre. Da waren wir halt zum ersten Mal das erste Mal Döner isst. Was? Elf oder zwölf Jahre. Und den Döner gibt es seit 1987. Von seinem Vater halt. Der Sohn ist ein bisschen jünger als ich. Zwei Jahre früher. Und das erste Mal, wo ich ungefähr so zwölf war oder elf. Und seitdem kontrolliere ich. Ich bin ja wirklich Kunde seit 15 Jahren. Du bist hier aufgewachsen in dem Ding. Ja, ich bin seit 15 Jahren. Und ich hab da oben drüber gewohnt. Ne, ist ja jetzt gar nicht. Ja. Oben drüber hab ich gewohnt. Und bin hier jeden Tag runter gegangen und hab was gegessen. Ja. Richtig, richtig. Ich danke dir, dass du mir das auf jeden Fall gezeigt hast. Ne, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Laden. Ein sehr, sehr schöner Laden. Man hat halt zuerst mal Bedenken am Anfang. Ich zeig dir mal, wo ich gewohnt hab bis zum Beispiel. Wenn du willst, ja. Meine alte Wohnung halt, ja. Kann man da rein, oder? Mein Kollege wohnt dort. Ein anderer Kollege. Ich zeig's dir mal, wo ich gewohnt hab. Das war meine erste eigene Wohnung. Und ich zeig, ich bin immer nachmittags runter gegangen. Hab was Schönes gegessen, so. Ja. So muss das sein, Alter. Ne, ich hab erst mal wirklich Bedenken gehabt, ne. Weil ich hab ja immer in der Story gesehen. Und dachte mir, ey, wir wollen das nicht hochloben. Mal ganz ehrlich, dieser Dönerlein hier, mit diesem Döner, der haut einige Dönerdinge in Berlin weg. Aber so hier, Digga, mit der Nurikka. Und das Fleisch und das hier ist natürlich sehr eigen. Schaut mal. Wir haben es knapp 20 Uhr. Da ist schon gar nichts mehr. Ne, die machen jetzt ja auch zu halt. Aber du musst überlegen, früher, wirklich vor der Pandemie und so, war der Dönerspitz wirklich so fett halt. Junge oder Hute. Jetzt ist es halt wirklich. Du merkst, aber die kalkulieren das auch krass. Gib dir mal. Die kalkulieren das krass. Schau mal. Du wirst nicht ganz genau, wie viel Döner verkaufen ich heute. Siehst du? Du merkst, ja? Die machen jetzt ja jetzt zu. Acht Uhr oder so. Acht Uhr machen jetzt zu. Und so verkaufen die. Das ist krass. Aber es gefällt mir echt sehr gut, Digga. Ich danke dir für alles. Ich war drei Tage auf dem Nacken gehangen, Alter. Und wir haben ein comeback. Und ja, coole Family. Und ja. Danke natürlich auch nochmal an die Family. Ja, Bro. Und die uns auch mal gefahren hat und so, weißt du. Und ja. WorldCityV und so. Die Mama war auch ganz cool. Und ja. Freunde. Ja, Bro. Danke dir. Wir haben hier gegessen. Alter. Getrunken, Digga. Wir haben uns letztens noch einen Döner geschenkt. Ich meine, ihr seht ja alles jetzt demnächst in den Videos. So, weißt du? Kamerak haben mir hier die Mütze geschenkt. Vibes nach Berlin und so. Weißt du? Ich feiere jetzt demnächst nach Berlin zurück. Wann ungefähr, sage ich nicht. Aber vielleicht bleibe ich noch ein, zwei Tage. Und ja. Die Videos laufen. Monetarisiert diesen Kanal vorne. Wir sind raus an WhatsCityV. Noch 250 Abonnenten. Ich habe 1K. Ey, wisst ihr, wie lange ich damals für 1K gebraucht habe? Klass lang. Sechs Monate. Und jetzt habe ich einfach 1K. Ja, fast. Bro, Alter. Ich weiß, wie es ist, Alter. Bei mir läuft es heute auch nicht, Alter. Übrigens 100K. 100K YouTuber in 310 Abonnenten. 310 Abonnenten. 310 Abonnenten. Was sagst du mir dazu? Ähm, es wäre schön, wenn jetzt, wenn meine Klicks alle bei 30.000 haben. Das geilste ist. Das geilste ist. Er sagt, die Klicks laufen nicht. Aber er macht immer 10, 15K. Und manchmal ist es halt, variiert das halt. Aber das Entscheidende ist ja, er kriegt den Button, Digga. Bei dem Button bin ich noch weit entfernt. Ne, den Button halt, der ist, den häng ich mir dann hin so. Das ist ja, ich wollte immer den Button haben und jetzt habe ich den Button. Weißt du? Aber im Endeffekt ist man jetzt halt nicht glücklich, das Problem. Schau mal, die machen zu. Die sind die letzten Kunden. Das heißt, ich hole mir die Rolex oder ich will sie unbedingt haben. Und wenn ich die dann habe, dann ist es dann so. Ja, das ist ja so. Aber weißt du, dass alles so im Leben manchmal ist? Ja. Du hast, deswegen muss man sich ja immer mehr Ziele setzen. Ich würde es krass feiern, wenn ich jetzt wirklich, wenn alle Videos normales bei 20K wären, würde ich das schon feiern. Damals habe ich immer gesagt, alle bei Fahrkarten. Ich höre Fahrkarten. Du bist der geilste, Digga. Warum sowas? Ey, du bist schon ein kleiner Gauner? Ja, Fahrkarte. Was ist das für eine Sonderkarte? Du bist der geilste, Digga. Sonderfahrkarten. Sonderfahrkarten von... Alles gut, muss ich erklären. Sonderfahrkarten von... Ihr müsst bedenken, dass der Comeback ist eigentlich ein Berliner. Der hat ja eigentlich gar nichts zu suchen in Bayern, so weißt du? Das ist komplett Berlin so. Komplett 6 Berlin Gauner, so weißt du? Er ist von der 6-Crew, Alter. 3-6 Mafia, so weißt du? 3-6 Mafia, Alter. In Nürnberg kannst du doch durchziehen, Alter. Das interessiert ja gar nicht mehr. Aber ist viel feier, dass die Leute hier voll lieb sind. Die Leute, die kennen ja auch so Leute nicht, Alter. Die kennen so Leute wie uns nicht. Auch der Typ beim Test sind und der sagt so... Aus dem Clan, Digga. Der sagt so, Alter kommst du nicht aus Nürnberg, weißt du? Die denken, du bist nicht von dir, ne? Weil du zu schrill vielleicht Physiker bist. Überall Jungs. Dankeschön, herzlichen Dank, Jungs. Wow. Ich bin zweimal gekommen, hierher. Wirklich, zweimal. Ist der Hammer. Zweimal. Das ist wie meinen anderen Kanal, für Making-of, weißt du? Dankeschön. War's gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Schönen Abend. Hast du Feierabend jetzt? Nein. Kutzen, oder was? Was geht bei dir dann? Familie, oder? Ja. Alles gut. Aber der ist doch nur Junge, oder? Ja, ey, der hat mal mit meinen Videos mal mitkauft, ne? Der hat mal mitkauft. Ja, mit Kameran. Okay, krass. Hast du schon Kids, oder was? Hast du schon Kinder, Familie? Ich bin in Bulgarien. Achso, okay. Ich bin in Bulgarien, Mann. Aber... Ah, ein paar Russische Kinder, oder? Ein bisschen in der Türkei. Ah, okay, okay. Aber gibt's viele Leute in Bulgarien, die reden Russisch auch? Nur mit Pass. Ah, okay. Du weißt, wie's geht. Bulgarien ist EU-Altern, weißt du? Er ist der Geilste. Nur mit Pass haut er raus. Ja, geil, Mann. Schau mal, hier oben hab ich hier unten. Das war meine erste Wohnung, übrigens. Hier ganz oben. Okay, krass. Mach's gut, Bro. Dankeschön. Nein, Alter. Denk jetzt auch lange, ja? Ich zeig dir meine geile Klasse. Hier war meine erste Wohnung gewesen. Comeback holt jetzt einen rauers Toten raus, Alter. Hier war meine erste Wohnung. Ganz oben. Kein Ding. Das war meine zweite, Leute. Und da oben war ein Casino. Das heißt, man konnte ganz Casino gehen. Casino? War meine erste Wohnung. Da hätte man YouTube-Bildo spielen können. Da hab ich auch keinen YouTube gefilmt hier. Aber ich glaub schon, dass Comeback schon eine Weile einiges durchgemacht hat. Und das sich auch verändert hat. Das ist positiv, oder? Ja. Ich glaub schon, dass du so ein ganz anderer Typ warst vorher, Alter. Ja. So wie bei mir auch, leider. Ja. Ein sehr schlimmer Finger. Nein, Quatsch. Wir sind heute YouTuber, Influencer. Jetzt bringt er mich in deine Kiffer-Ecke. Hier, guck mal, Alter. Alter, was geht ab? Ja, Casino. Warte, jetzt zu mir wegen dem Ding. Hier, so haben wir eine Dachterrasse. Okay, ja. Kennt sich halt aus hier. Geil, Alter. Guck mal, machen die da streiten, oder was? Das ist der Ding, Alter. Das ist der Besitzer. Ach so, das ist der Besitzer. Ja. Das stimmt. Der wohnt ja da, was? Ja, der wohnt ja da, ja. Servus. Ja, sehr gut. Ja, geil. Ja, hier habe ich damals gewohnt, Alter. Ich habe damals gewohnt, Alter. Hier oben. Das ist ein Casino, aber das Casino hat es zu. Das ist doch ganz oben. Wohnst du hier? Nee, oder? Jeder kennt dich. Ach so, Alter, geil. Jeder kennt Comeback-TV. Ja, ich muss noch meinen Kollegen mal wieder besuchen, oben. Ja, deswegen, wir werden mal sehen, wo ich damals, zweieinhalb Jahre hier gewohnt, weißt du? Mein Kollege wohnt ja noch oben, der Berang. Der wohnt ja noch da, weißt du? Du weißt nicht, wo der ist. Ja, ich weiß, es ist krass, ja. Habe ich gelesen. Ist echt heftig, weil ich habe mich noch irgendwann mal in der Stadt hier rumgegammeln sehen. Und ich habe es in Mexiko gesehen, Alter. Ich habe es in Mexiko gelesen und dachte mir so, ist echt heftig, ja. Das Leben jeden Tag genießen. Jeden Tag genießen, wirklich. Wir sehen uns. Ist krass, also kann ich mich, aber jetzt zieh ich dir mal privat an, was ihm halt immer in meinem Nachbarn passiert ist. Echt? Ja, gut. Der ist von uns gegangen, Alter. Schade, deswegen weiß ich nie, wo man geht, Bro. Deswegen weiß ich nie, wo man geht. Auf jeden Fall habe ich gewohnt, Alter, ganz oben. Ich will jetzt nicht hier oben bei den Dingen langweilen, Alter, so. Weißt du? Bei meinem Kollegen, was wurde ich hier ganz oben? Bei meinem Brocken gegessen. Geil. Krass, dass du hier gewohnt hast. Vielleicht ist er da. Komm, wir schauen mal, Alter. Geil. Das ist ja geil, Alter. Zieh durch, Alter. Zieh durch. Komm. Ja, oben auf den Kollegen, den habe ich jetzt seit fünf Jahren nicht mal gesehen. Okay, krass. Stell dir mal vor, du holst jetzt Todmauers wieder. Das war die wenigstens wie Leute für Zara. Das Gebäude hier, das ganze Gebäude gehört einem Investor und der vermietet auch an Zara, um was weiß ich. Ja? Und Zara war da. Ich weiß, wer bin jetzt, waren die Betriebsräume, also hier Pausenräume, also hier drin. Okay, krass. Ja? Schau mal hier. Kannst du raus? Auf die Dächer. Und hier ist Zara, Alter. Ist ja wieder mal so ein Denken. Schau mal. Ich habe damals noch keinen YouTube gefilmt. Der war geil, Alter. Schau mal, du gehst hier raus. Ich glaube richtig, geht's schön. Schau mal in Höhe. Hier ist die Klimaanlage von Zara. Siehst du das Ganze? Zara haut und alles. Ja, stimmt. Wie krank. Ja, der Bayer wird da. Oh, ich hier in Nürnberg sind ganz andere Vibes und Levelziger. Ich bin noch ein Geist hier. Hast du das gesehen? Ach du warst ganz oben hier, auf der Dach, Dings, okay. Der klingelt einfach bei fremden Leuten gerade, achso, du kennst ihn, okay, ich würde schon sagen, der kann mich jetzt auch ein bisschen crazy wissen, der macht einfach, der macht, alle arbeiten, wo das nicht Berlin Hartz IV geht? Achso, der ist weg. Aber auf jeden Fall, hier habe ich mich gemeldet. Das ist schon mal die erste Wohnung gewesen. Bro, willst du uns deine neue Wohnung sein, du ziehst eh weg, DDR. Können wir dann... Aber das kann man auch auf dem zweiten Kanal schon wieder. Bro, immer rausholen, mein Lieber, immer rausholen. Die Watchtipe. Hier war mein erstes Wohnung. Ein bisschen entspannt auf jeden Fall. Aber ich feiere dieses Altbau mehr als dieses Neubau hier. Ja, aber das ist ja auch kein Ding, das ist halt so... Freil ich mir. Das ist doch wie so ein Messengelände... Nee, schau mal, das sind zwei Wohnen und... Das ist hier die Sachen. Da wohnen zwei Menschen, ja. Krass. Hier wohnt der Hausmeister. Wohnt ihr da immer noch? Ja, ja, immer noch. Das ist der Hausmeister, ich hätt. Das ist vom Zara Büroräume, und oben sind zwei Wohnen. Krasswasser. Und oben ist der Atlantik, die arbeiten hier einfach, oder was? Büroräume. Ja, die machen halt Pause, was ich halt so. Und das ist der Hausmeister, ja, Schmidt. Den gibt's immer noch. Dann ist er vorne. Schmidt. Ja. Aber das ist geil, du kommst raus, du bist gleich hier, deswegen... Ja, aber du bist ja direkt in den Stadt. Du hast auf jeden Fall eine gute Kindheit. Das war aber... Das kam raus, ich war direkt auf der Sonderlehre. Ja, ich war fast genauso. Leute klauen und sowas. Ja, aber deswegen, ich kann auch nur... Ohne Teils hier reden, weißt du? Ich hatte jetzt in Mexico, hab ich ja gelebt, ne? Ein sehr, sehr schönes Apartment gehabt, aber das ist nicht meine Welt, so. Also, ich kann... Ich muss mit mir mit Zettel umleben, ich kann das nicht, Alter, so. So was ich hatte mit Zettel und so, das ist nicht meine Welt, ey, das bin ich so, weißt du? Ich brauch dieses... Haus, hast du keinen Bock auf Haus, ne? Also, ich weiß nicht, das ist ja nicht Assi, aber du bist draußen, du bist in der Stadt, wenn ich nicht... Ja, ist besser, ja. Du bist ein sozialer Mensch, du wirst unter Leuten sein, du willst nicht jedes Haus und Mercedes oder was, magst du nicht. Danke für deine History und kleine Rundführung hier in Nürnberg, Alter. Da bin ich jeden Tag Döners gegangen, ja? Atlantik-Döner, seit 1987. Freunde, ihr werdet ja das Video nochmal sehen auf dem Hauptkanal. Schönen Feierabend, Jungs, ja? Holt euch keine Rund, dann soll ich schnell an. So. Fuck, Alter, ich bin wieder schnell. Danke, Bro. Ja, Bro, das war's gewesen, Alter. Erfolgreich. Lass ein Abo da, bringt den Kanal zum Abo. Dankeschön, dankeschön. Das war's, Alter. Hast du was für das Video gesagt, Alter? Ja, genau, das ist, ja, auf die DDA, da war ich aufgewiesen in der Gruppe. Ja? Was ist das denn? Ultras, oder was? Ja, Ultras Gruppierung aus Nürnberg. Krass. Krass. Das ist du auch was? Ja, ey, Nürnberg ist abgegangen, so. Okay. Aber früher oder später ist halt die Sache, landest du halt im Knast wegen sowas, weißt du? Heißt ja nur Ärger unnötig, Bro, oder? Ja, ist nur Ärger unnötig, Alter. Was hab ich mit dem lang, feierst du ihn, oder? Ist auch neu, ist auch neu, ich hab ihn ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Das Problem war, da vorne war... Du spürst den Weib nicht, ne? Nee, spürst du nicht den Weib so... Ja, dann ist es besser, du bist wie ich, Digga, wenn ich kennst. Nee, ich geh halt immer zum gleichen Essen, weil ich weiß, das ist gut halt so. Warum soll ich jetzt was Neues ausprobieren, weißt du? Ich schwöre, es gibt's in Nürnberg. Ich teste mehr neues Essen in Berlin und in München aus, weil ich dort halt die Sachen nicht kenn. Und in Nürnberg kenn ich ja schon alles und ich geh immer zu den kleinen Sachen. Und da denk ich mir jetzt so, krass, hier gibt's einen Koreaner, hier gibt's selbst... Weil ich geh immer... Ich hab meine Läden, da geh ich halt hin, so. Ja, Stamm, ja. So, weißt du? Und in München, da... Du bieten hatten was Neues aus, oder Berlin? Ja, alles, ich bin ja auch so, weißt du? Ich krieg ja auch zum Beispiel schlechte Laune, wenn ich falsch gegessen hab, oder es nicht schmeckt. Musst schon alles sitzen. Ja, weißt du, du zahlst im Endeffekt dann deine Schuld halt, weißt du? Ja, verkackt, so, weißt du? So, ich versteh's für die Videos. Ja, ich zahl halt nicht in Berlin, aber trotzdem. Für die Videos versteh ich's ja natürlich, weißt du? Weil, da brauchst du ja irgendwie einen Content. Ja, du musst halt neue Sachen ausprobieren, sonst wiederholst du das alles, genau. Aber für Dinge ist es was anderes halt so. Schneid unglaublich hier heute. Ja, Alter, viel Spaß mit dem Heimfahren, oder? Was ist das hier für eine Technologie? Was ist denn hier lustig? Ach so, ist an meinem Haken, Alter. Du merkst ja, die Nürnberg, jetzt haben wir... Schau mal, jetzt haben wir 8.20 Uhr. Ja, knapp 21 Uhr, guck mal. Und jetzt ist hier Totentan schon fast, oder? Digga, krass. Jetzt kommt schon fast Walking Dead. Wie kommst du damit klar so, dass hier keiner mehr auf der Straße ist? Ja, jetzt beim Wetter ist mir egal, weil jetzt ist halt eh schon... Aber im Sommer ist das nicht so, oder, Digga? Nee, im Sommer ist es schon mehr anders. Nee, Freitag, Samstag so. Freitag, Samstag ist richtig viel los hier. Okay. Aber unter der Woche ist gar nichts los. Wirklich nichts los. Nichts. So, unter der Woche ist nichts los hier, weil es halt eine Einkaufsstraße halt, ne? Ist nichts los, Schatz, ne? Sind wir jetzt hier? Nee, ist aber trotzdem sehr, sehr moving, sehr ruhig und sehr clean. Guck mal, wir sehen nicht mal einen Schnipsel auf dem Boden. Ja, aber das meine ich halt, weil du vorhin gesagt hast. Crime Raid in Nürnberg, Alter. Gar nichts, ja? Nee, so... Das war im letzten Video, Freunde, das müsst ihr euch mal auf meinen Hauptkanal gucken. Nee, aber ist das halt... Was soll ich mal sagen? Ich meine, ich habe jetzt in Mexiko gelebt, da hast du halt wirklich Angst, dass vielleicht jemand hinter sich schon überfällt, so. Mhm. Aber hier hast du halt... Ja, ist das eine Stadt, um eine Familie groß zu ziehen, so... Ja, chill, war so. Mir ist hier noch nie groß. Das passiert zwar halt, weißt du, muss ich sagen. Noch nie. Krass. Habt ihr Stress gehabt, so richtig so? Ja, aber das ist halt ein gewolltes Stress, weißt du? Ähm... Das andere ist so. In Gerettaro sagt man ja, dass die obersten Boss hier da leben, ne? Ja, ja. Das heißt, ich höre es hier in Mexiko, keiner. Hier ist das schon so, wenn die Leute besoffen sind, dann machen die... Stress. Ja, immer nur mit... Wenn die mit einer Freundin unterwegs sind und so, weißt du? Ja, okay. Aber es ist halt so ein Deutschland-Phänomen halt, ne? Die Leute saufen und dann machen sie Stress halt so. Ja, gut, man ist ja nicht dasselbe, stimmt. Cool. Ja, gut, cool. Was ist das hier eigentlich? Da waren wir halt hier. Achso, genau. Du musst überlegen. Kann ich auch mal kurz erklären, eine Geschichte aus Nürnberg. Ja. Hier ist ja Adidas und Puma, ja? Und... Das ist das hier, ja? Ja, in der Herzogenaurach, um die Ecke, ja? Und hier zum Beispiel war mal Kanye West essen. Und Pharrell Williams war hier, Selena Gomez, Rihanna, die waren alle hier in Nürnberg. Achso, was was? Auch in diesem Hotel am Bahnhof, in den Großen. Weil die halt hier, die machen... Die Weekend war auch hier. Die machen halt hier Kontrax mit Adidas. Und ein Kollege hat hier mal gearbeitet, der Will, ja? Und da ist einfach mal Kanye West hier reingegangen in den Land. Auch. Weil, ey, die waren schon in Berlin und so, in den Lautergalerien. Was suchen die hier in Deutschland, Digga? Ja, wegen Adidas. Hier wegen Adidas. Echt, ja? Schau mal, hier ist Selena Gomez, die ist hier von der Straße rumgelaufen. Ein Kumpel hat ein... Keiner hat sie erkannt oder was? Nee, dann ist es viral gegangen. Weil dann ist es durch Social Media und so. Es war vor drei, vier Jahren. Ein Kumpel hat ein Video, ein Selfie gemacht mit Selena Gomez. Ja. Und ist halt extrem durch die Decke gegangen. Es hat dann halt, was weiß ich, 10.000 Likes oder so. Sein Instagram hat richtig krass gepusht. Ja. Weil die ganzen Medien, haben das auch US-Medien, TMC und was weiß ich, haben das dann so repostet. In seinem Insta ist es halt voll gepusht worden. Ja. Aber es war halt Glück. Nee, es war halt Glück. Der ist hier rumgelaufen. Das ist ja auch erkannt. Ja. Aber wie gesagt, die sind alle hier. Wegen Adidas und Puma. Die machen jetzt hier die Kontrax. Im Hack-Border. Die lutschen bei den Germans. Ja. Die schlafen natürlich hier so. Die schlafen in Nürnberg, also nicht in dem Dorf halt. Und Adidas ist ja hier 20 Kilometer entfernt. Die haben ja einen fetten Outlet und so. Krass, Digga. So, hier ist halt das Geld im Süden, wie gesagt. Aber das ist echt so, Bro, bei euch in Bayern ist Cash. Ja, aber hier sind echt immer... Also, jetzt nicht, aber wenn... Die letzten Jahre... Aber es tut sich das Geld, wenn du in München lebst. Die Sache ist, die Adidas ist ja auch schlau. Die geben das nicht an die Medien raus. Die geben das erst raus, wenn die dort waren. Die sagen jetzt nicht, ey, da kommt jetzt hier Rihanna. Nee, die schützen den Schein. Zum Beispiel, du siehst dann irgendwo... Du machst Insta und dann siehst du, ey, Klaas, Rihanna ist hier in Nürnberg. Ja? Ja, ja. Und... Nee, da ist ja auch... Die haben ja auch... Die schützen das auch ganz. Die wollen ja auch Diskretion. Ja, die schützen das. Aber wenn sie dann da ist, ist geil so. Weißt du? Ich hab noch... Im Endeffekt habe ich keinen davon gesehen, aber... Das heißt, Celebrities kommen öfters auch zu euch? Wie in Berlin ist das? In Nepal, also voll viele. Ich war auch so internationalen Slave. Hier, Ding war auch hier gewesen. Wie heißt die? Beyoncé und Chelsea waren auch hier. Die haben ja einen Kontrakt mit Adidas und Puma. Ich bin nicht ganz sicher. Du musst dir ja vorstellen, hier... Bayern ist Geld. Und Geld zieht Geld an. Ja. Sie gehen nicht nach Dresden, Alter, weißt du? Ja, Dresden ist auch... Ja, nee, aber das ist die Sache. Ich meine, weißt du? Sie gehen nicht nach... Nee, das ist sicher. Nee, wir haben halt das große Glück, dass jetzt hier Adidas und Puma ist, weißt du? Ja, das ist heftig. Weil du musst überlegen, wie viele da... Meinst du, wir kriegen auch irgendwo mal so eine Sponsorung hin? Adidas und Puma? Dass die uns drei Millionen schicken auf das Konto? Glaub ich nicht halt. Aber nee, Adidas geht eigentlich schnell. Man weiß niemals nie, ja. Nee, nee, Adidas geht voll schnell, ne? Auch für die TikToker haben die da eingeladen zum... Okay. Nee, aber so ein richtiger Deal. So, komm, wer, komm. Ihr beide mit Six? Nee, die machen halt eher... 3,2 Millionen. Nein, das nicht. Macht ihr, macht ihr nicht. Dann sagen wir einfach ab, wa? Nee, die machen eher so Ding. Mir würde es ja schon reichen, wenn die dir umsonst Klamotten geben und so. Nee, wirklich halt so. Nein, ich will Geld. Nein. Würde ich ja schon annehmen, so, weißt du? Ja, klar, sicher. Ist ja klar. Weil du alle drei Monate einen fetten Karton kriegst mit Klamotten. Nee, würde ich gerne machen so. Aber so machen die es ja mit den ganzen Kreator, dass die halt in ihren TikToks... Ja, die verarschen sie. Ja, die kommen ja auch umsonst halt. Nee, du kriegst aber eigentlich auch Kohle, weißt du, ja? Ja, aber ich würde es ja auch annehmen, so mit Klamotten. Adidas ist schon geil, so mein Liebensmarkt, ja? Gibt es ja auch Verträge zum Beispiel. Wenn du bei Adidas bist, kriegst du noch einen Tausender im Monat. Ja, so eine Live-Schaltung. Also, auch diese Galerien sehe ich gerade. Krass, was aus dem Video wird jetzt. Hier haben wir richtig verquatscht und gehen mir die... Das geht euch schon richtig lange jetzt. Zeigen wir schon die ganze Welt hier. So, guck mal. Ist eine Galerie. So, sowas haben wir auch in Berlin für uns viel. Ja, ist heftig, aber. Digi, weißt du, wie du gerade aussiehst, als du dich umgedreht hast? Ja. Sieht aus, als ob wir irgendwo in Vladivostok wären. So richtig du mit deiner Lederjacke. So ein Russian-Hitter, so weißt du? Richtig. Einfach nur so ein Russe, der einfach modern gekleidet ist heute. Modern. Aber so 80er Jahre, so Vintage. Das ist krass. So siehst du gerade aus, wie so ein Russe, Digga. So ein richtiger Russe. Ja, ich mag Schnee und so. Das ist geil, Alter. Aber irgendwann bist du auf die Nerven so. Ich geh jetzt auch heute nicht mehr raus, Alter. Das ist geil, Digga. Weißt du? Ja gut, Leute. Das war's gewesen. Okay. Ich danke dir auf jeden Fall. Und ja, Freunde. Das sind so jetzt so die letzten Tage. Vielleicht bleibe ich noch länger. Danke fürs Zuschauen. Six oder den Mix. Abonnieren, aktivieren. Und bis zum nächsten Video. Tut mal bitte was für den Algorithmus. JSX TV Zweitkanal. Yeah. Wellenstein Vibes. Easy. Wir hören uns. Peace out.